so meine freunde herzlich willkommen zurück zu let's play fuck why wir haben ein paar neue gewohner die sich hier ein bisschen feuer wärmen so was haben wir denn als nächstes für mission irgendwas was ist da hinten ich denke bei dem schakal machen wir weiter wir hätten sonst auch die junge dame noch dabei hat jetzt mit dir reden wir mal ein dorf sein dorf ist ein zufluss also wenn ja wir zu retten und mehr fähigkeiten machen jetzt freizuschalten zu röten rohstoff über alle euro drücke hat spät und durch stürmer die dorf und auch schon dies viel weitere informationen der glück rohlstoffe mit das gerne das auch zurück und suchen nach hinten die sich verbessern lassen okay wir können also unser dorf aufbauen so step by step machen wir das doch mal oder beziehungsweise versuchen wir es mal plötzlich plötzlich gut davon okay das haben wir hier können wir was anbauen jetzt als hütte fehler zutaten abgeholt 1 von 200 schild fehlt uns also noch da brauchen wir noch schild also wir müssen schiffen um seine hütte zu bauen gut da suchen mal ein bisschen schild wir brauchen zwei dinge und dann kann man nämlich schild bekommt eine hütte bauen keine sorge ich muss gerade nur gucken wo wir schild haben im idealfall natürlich irgendwo am wasser ich habe mir doch jetzt im ausschauen und gesucht gefunden wie auch immer schild 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 und da binnende verkündigen Ah, mein Wolf, ich bin da unten, okay. Hallo, mein Freund. Ja, ja, klar. Ist das da unten? Ich hilf. Nee, ne? Sieht nicht so aus. Ich fahre jetzt irgendwie Schelf. Ich wollte eigentlich jetzt noch nicht so mega weiten. Wir müssen nicht schief suchen. So fährt es mir dann angezeigt, klar, aber... Ist das hier Schilf oder was? Ja. Genau. A mal. Wie gesagt, ich weiß, dass da Ziegen jetzt irgendwie rumlaufen, aber wie gesagt, die interessiert mich gerade ein... Eindeutig ziemlich... Mein Wolf, ich bin da auch bei mir rum. Das ist nur eine Ziege, okay. Aber ich suche nach wie vor Schilf. Eins habe ich gefunden, ein zweites brauchen wir noch. Wie gesagt, ich werde jetzt sicher mal hier zu jagen. Hier ist Schilf. Ah, wunderbar. So, wir können hier zu bauen. Also zurück. Wir sind hier voll gerade abseits irgendwo. Da ist nicht der Plan. Aber was macht man hier alles, um mal ein bisschen Schilf zu suchen. Bessie kommen mit. Also meine Wölfe kommen mit. Hier sind wieder Ziegen. Aber die sind wie gesagt nochmal herzlich uninteressant gerade. Die brauchen wir jetzt nüch. So, ich suche eigentlich tatsächlich was anderes. Ich suche nämlich wieder mein Zuhause. Warte mal, ich will schon eine Reise machen. Wir sind nämlich gerade unterwegs. Zurück. Ja, bitte. Zurück zur Schnellreise. Zurück zum Dorf. So, wir sind wieder im Dorf. Und jetzt können wir für unseren Schamanen-Freund die Hütte mal bauen. Alter. So, Step by Step zumindest den ersten Schritt eines Dorfes mal probieren. Wir haben wie gesagt, wir haben Schilf gefunden. Und wir verbessern unser Haus. Akzeptieren. Wunderbar. So, was brauchen wir dann für die nächste Verbesserung? Wir haben nochmal 2 Dorf 100 dazu bekommen übrigens. Also wir bräuchten, wir haben bräuchten ein Aldaul-Schilf. 16 Schilf. Selbstes Löwenfell. Bevölkerung 40. Also wir können auch kein, keine weitere. Was haben wir denn im Moment? Jetzt sehen wir mal, Liban. Uh. Jawohl, ja. Nehmen wir das doch mit. Wir haben neue Tiere, die wir wirklich haben. Raubkatzen. Die wir jetzt... Die wir jetzt... Äh... Die wir zähmen können. So, wir gehen mal... Oh, wir sind Scheimer... Scheiler... Hallöchen. Ja. Was müssen wir bauen? Was müssen wir holen? Schilf. 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 Wieder mal. Hirschhaut und Schilf. Für Seiler. So heißt die Junge da. Aber wir müssen doch mal los. Schilf suchen. Und Hirsche jagen. Na dann. Auf geht's, liebe Leute. Ab jetzt müssen wir auch jagen. Was wollen wir? Zwei Hirsch und... Äh, zwei... Zweimal Schilf und zweimal Hirsch brauchen wir. Das ist Ziege. Das ist auch Ziege. Daher uninteressant. Aber das da oben könnte interessant sein. Ich hoffe, ich habe erwischt, was ich wollte. Ein Hirsch. Ein Holzwein, einmal Fleisch und Hirschhaut. Wir brauchen noch einmal Hirschhaut. Scheiße. Nein, Alter, ja. So. Volltreffer. Den Hirschhammer. Oder die Hirschhammer. Jetzt brauche ich euch weiter nicht. Jetzt brauche ich nur mir Schilf. Und zwar zweimal. Hallo, kleines Wölfchen. Ja, alles gut, ne? Warte mal, wenn ich sage, Wölfchen, kommt mir eine Katze angelaufen. So, ähm... Und das Schiefer hier nehmen wir mit. Ähm... Und jetzt brauche ich, wie gesagt, Schilf. Das ist ein Mammuts. Ich habe immer so ein bisschen Panik, dass es eine Raubkatze ist. Oh, Schilf. Dass es vielleicht eine Raubkatze ist oder so, die hier irgendwie noch rumrennt. Löwe oder so. Aber die könnten wir ja theoretisch jetzt zähmen. So. Äh, wir brauchen immer nur noch ein Schilf. Die ist immer so rotes. Hier oben irgendwo. Da ist Schilf. So, wir verpissen uns mal gerade ganz schön jetzt im Dorf zurück. Dann können wir nämlich die zweite Hütte auch bauen. Fürs Heiler. Heimwerker. Eine neue Trophäe. Ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendjemand die angezeigt bekommt. Aber wir haben die zweite Hütte auf jeden Fall auch stehen. Und das ist doch immer gut. Akzeptieren. Zack. Wunderbar. Was bräuchten wir für die erste, für die nächste Hütte? Für die nächste Ausbaustufe? So rum ist es richtig. Äh... Moment. Wir haben immer eine Fähigkeit. Die jetzt ist vielleicht ja eine Überraschung. Was haben wir denn da aufreingeschaltet? Jetzt haben wir eine Fähigkeit über Lebensfähigkeit. Die machen wir auf jeden Fall erstmal. Das ist nämlich die verbesserte Fähigkeit. Wir kriegen nur ein weiteres Gesundheitsbalken. Zack. Äh... Ich hätte gerne jetzt mal... Ich könnte da hochklicken sogar. Geil. Ähm... Jetzt kann ich mir ja theoretisch die Hütte zu verbessern. Ich würde interessieren, was wir da aber für brauchen. Na gut. Ganz Ziegenfeld. So. Wir können ein bisschen ernten. Rede mit Zeiler. Ich würde aber gerne... Einfach mal interessant. Nur Interesse halber. Nur Interesse halber. Ja, ist das jetzt richtig, dass wir da reingehen könnten? Würden, tun, müssen. Ich sehe die überhaupt in der Höhle. Bescheidlich, ne? Ja, nicht. Und wenn Sie sich gerade wundert, warum meine Beste nicht da ist, liegt einfach daran, dass ich die nicht mitnehmen kann hier in das Dorf. Zeiler steht hier hinten irgendwo. Warte mal. Wo stehen die? Au, 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 au. Ich brenne. Aber wie ist es? Ja, ich bin gerade. Ich bin gerade. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ach, hier ist es? Ich habe ihn. Ich habe ihn. Du bist heute mit einem verpesserten Knüppel. Damit kann es ganz schön auf die Fresse gehen für die Jungs. Hat die Finger jetzt gerade komplett über diese komischen Zähne da gezogen? Mal wie die Mauserei. Der am nächsten Tag. Vinyardorf. So, die technischen Rohstoffe sind verfügbar auf jeden Fall. Wir hätten noch eine neue Mission. Was haben wir hier noch irgendwie? Das Pionos-Lager öffnen. Okay, wir hätten noch. So, gut. Wir hätten eine neue Mission auf jeden Fall reden mit Zyla. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge bei Let's Play Fuck Why Primal. Und dann gucken wir mal. Wir haben heute viel und ein bisschen was getan. Wir haben uns in den Fassbau und Hütten gebaut. Und ein bisschen Zeugs gesammelt und alles drum und dran. Ja, und damit war das auf jeden Fall ziemlich erfolgreich, was wir heute abgezogen haben. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Morgen um 16 Uhr, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, genau. Du mich auch. Ja, bei Fuck Why Primal. Bis dahin. Und auf Wiedersehen. Das macht auf jeden Fall auch unter das Spiel, muss ich sagen. Es ist mal was anderes auf meinem Kanal, ne? Nicht nur nur Hau drauf, sondern auch mal ein bisschen. Ja, ich denke, Hau drauf kriegen wir noch hin. Irgendwann. Tschüss.